Ab dem 1. Januar 2019 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2012 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 33 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 497 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. bis Ende mit einem Schlafzimmer. Von den Wert nach dem Schlafzimmer. Bis zum nächsten Mal.